Dumme Militärgeschichte, let's go! 1348, in England tobt die Pest. Es kommt zu Massensterben und sowohl England als auch der Rest von Europa sind im Chaos. Tod und Verzweiflung überall. Jetzt kommen die Schotten ins Spiel. Denn sie sehen, oh, die Engländer werden von der Pest geplagt und es sterben dort so viele Menschen. Das ist Gottesstrafe. Also entschließt sich Schottland das einzig Richtige zu tun. Im besagten Jahr 1348 kommt es zu einer Invasion von Schottland gegen die geschwächten Engländer, da die Schotten bis zu diesem Zeitpunkt von der Pest verschont geblieben sind. Ein einziges Problem. Die Soldaten in Schottland stecken sich natürlich mit der Pest an, als sie in England sind. Also entscheidet man sich, die Invasion abzusagen und sich zurückzuziehen. Die Soldaten kehren jetzt mit der Pest zurück in ihre Heimat. Zur Überraschung von absolut niemandem verbreitet sich die Pest jetzt auch in Schottland, in der Bevölkerung. Dabei versterben manchen Schätzungen zufolge 50% der Bevölkerung von Schottland. Okay, GG well played Schottland.